Hallo, hier ist Martin von Money Mankeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 28. Februar 2024. Und ja, zum Dienstag haben sich wohl die ein oder anderen Verkäufer, die Bären, ein bisschen, naja, haben ein bisschen Respekt verloren mit ihrem Auftreten, was sie so gezeigt haben. Unser DAX hat, das ist ein schönes Bild, oder? Hat sich hier weiter nach oben durchkämpfen können. Wir hatten gestern, worüber haben wir gesprochen? Wir haben uns die Verkeilung angeguckt, haben die im Detail durchgesprochen, wie das laufen würde, wenn er die 400, die 385 nach unten auflöst, hat er aber nicht getan. Wir hatten darüber gesprochen, was er in der Verkeilung machen muss und was er über der Verkeilung machen muss. Wir haben auch darüber gesprochen, dass im Tageschart wir über dem Band liegen und damit, wir haben es gestern gesagt, oder ich, so sinngemäß, ist, dass er jederzeit, jeden Tag nach oben Übertreibungsmodus aktivieren kann. Ich finde nicht, dass das Übertreibungsmodus war, weil so viel ist ja eigentlich nicht gelaufen, aber es wirkte wahrscheinlich für viele viel. Vor allem für die, die Short drin waren, durfte das ziemlich immens wirken. Ich denke, die, die Long drin waren, wissen auch, was ich meine, denn das war ganz schön zäh. Nee, das würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere sein Login dann doch wieder abgebrochen hat, weil ihm das dann einfach zu lange gedauert hat und dann irgendwann die Unsicherheit überhand gewonnen hat und man das dann eingestampft hat. Das war schon eine ganz schön träge Veranstaltung. Aber nichtsdestotrotz, wir sind weitergekommen, wir haben uns oben rausgelöst und wie auch jetzt hier schon vermutet wurde, uns dann gar nicht mehr an der Linie orientiert. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt hier auf das andere hoch aufsetze, wird das wahrscheinlich auch nicht zielführend sein. Tatsächlich, warte mal, nee, das muss man mit Magneten, also sowas muss man ganz genau arbeiten. Ist aber jetzt hier, muss ich auch dazu sagen, durch die Kostschutzstellung, die Tradingview hier seit geraumer Zeit macht, wird dieser Zwischenkerze auch nicht mehr ganz so zuverlässig. Ja, man könnte das jetzt letztendlich noch so ziehen, aber ich würde sie dadurch jetzt einfach rausnehmen. Das trifft es genauso wenig. Unser Markt, der DAX ist rausgestiegen, hat die Linie jetzt ignoriert, so wie wir das aber auch gestern gesagt hatten, hat gesagt, wenn er die Verkeilung auflöst, aktiviert er ein neues Trendpattern, das war die erste Strömung, dann Gegenbewegung, die zweite Strömung, dann gab es hier wieder einen, eigentlich sogar einen Umkehrmuster, das war eine bärische Verkeilung, wurde aber nicht nach unten aufgelöst, sondern nach oben und dann hat er jetzt hiermit eine nächste Bewegungsmühle, die sich jetzt auch an den vorherigen hier orientieren kann und sozusagen auch noch Platz hat. Platz haben haben wir oben auf jeden Fall ja genug, wir sind auf Allzeithochs, Allzeithoch heißt immer Trend des Aufwärts, Allzeithoch bedeutet, wir haben oben keine technischen Widerstände, an denen der Markt sich schon mal irgendwie die Szene ausgebissen hat, weil der Markt ja noch nie dort war. Da gibt es keine Punkte, wo irgendjemand sein Volumen noch umdreht, heißt aber nicht, dass der Markt deswegen sich irgendwo mal drehen muss. Er kann immer mal schön zurücksetzen, ohne Frage. Schöne Punkte wären dafür jetzt eigentlich hier im Bereich um 650, drüber habe ich halt erst wieder so richtig schon greifbares, dann im Bereich um 700, 800 bis zur 18.000 hoch, die ich aber eigentlich, wenn wir mal an die Jahresausblicksanalyse zurück uns erinnern, eher Richtung März dann drin habe. Da hat gestern auch jemand geschrieben, dass Jahresmitte oder die 18.000 nicht Jahresmitte erreicht wird, sondern schon eher in den Kommentaren. Also wenn ihr euch die Jahresausblicksanalyse anschaut, ist für die Jahresmitte ein anderes Ziel da in den Pfeilen eingemalt. Die 17.089 war uns Bewegungsziel für den März. Wenn man da nochmal reinguckt, ich glaube so Minute 11, 12, 13, da irgendwo sieht man die Pfeile, wie ich sie da reingemalt habe in den Wochenchart. Da war 17.089 war das Ziel für den März, nicht für den Juni. Für den Juni ist es noch ein bisschen höher gesteckt gewesen. Aber es soll auch egal sein. Das sind Bewegungsziele auf der Oberseite, die noch erreicht werden können. Auch hier bleibt es weiter dabei. Wir sind weiterhin aus dem Band oben raus. Das heißt, wir haben Übertreibungspositional nach oben. Und er hat aber jederzeit auch die Möglichkeit, hier direkt wieder in den Range überzugehen. Das ist eine bullige Marktphase. Das kann er. Und das wird er auch noch ausspielen. Das wird er uns noch eine ganze Weile zeigen. Das spricht auch so ein bisschen die Statistik für das laufende Jahr. Jetzt dafür haben wir einen Wahljahr. Im November wird gewählt. Und die sind immer ein bisschen seitwärts getrieben. Hier haben wir so punktuelle Stöße drin, die Jahre. Und dann immer wieder viel seitwärts. Und von daher würde ich mich hier gar nicht so auf phänomenale Umkehr einstellen, dass es hier zurückbricht und wegknallt. Man kann auch einfach wieder einen kompletten Tag zur Seite laufen. Und am Donnerstag nochmal ein Schnülps nach oben. Und dann wieder zurück. Freitag, Montag ein bisschen zurück. Und dann alles wieder seitwärts und rundherum. Da würde ich jetzt nicht zu krass mich einfach gegenstellen. Sollten Rücksätze einlaufen oder sollten Rückläufe einsetzen? Das wollte ich sagen. Haben wir gewiss hier jetzt einen schönen Anlaufbereich in der Zone der letzten Tage. Hier machen wir am besten auch mal eine Zeiteinheit runter. Das wäre dann einmal von hier oben, ich sage mal so 4,70, 4,60 einmal von oben drauf. Und wieder abstoßen. Das wäre ein schöner Rücksetzer. Charmant wäre natürlich auch die 400 nochmal zu unterbieten, um Stops zu reißen. Also da würde ich an beiden Stellen sehr, sehr, sehr genau hingucken. 4,70 wäre jetzt, ich sage mal, das klassische Trendfolge-Pattern. Er setzt sich auf die 4,70 auf, 4,60, dreht sich nach oben. Und dann kann man hier grüne Kerzen wenden. Wenn da grüne Kerzen kommen, kann man die schon nutzen. Und wieder nach oben für den nächsten Long auf neue Hochs mit traden. Oder wenn er hier direkt aber gerade durchsteigt und auch die 4,60, 4,70 reißt nach unten. Das muss jetzt nicht Mittwoch passieren, kann auch Donnerstag, Freitag oder auch nächste Woche passieren. Da gibt es keine Charaktionen. Es geht eher mehr darum, wenn was passiert, wie gehe ich dann um? Was erwarte ich von dem Markt? Wie verfolge ich den weiter? Ja, denkt da immer dran, dass es hier keine Zukunftsvorhersage ist. Ich weiß nicht, wohin der Kurz bewegt. Ich bin kein Hellseher. Darum geht das nicht. Aber was wir aus der Schattenanalyse entnehmen können, ist eben, wie sich der Markt in bestimmten Situationen verhält. Und wozu er tendiert, was er macht. Unsere Aufgabe als Trader ist, um zu gucken, macht er denn etwas von dem, was erzählt wurde? Bewegt er sich schon irgendwie ein bisschen so, wie das, was da vorweggenommen wurde? Wenn ja, weiß ich ja, was er in der Reaktion üblicherweise dann machen würde. Und das wäre jetzt hier, reagiert er hier auf den 4,70, dreht sich nach oben, weiß ich, okay, der probiert ein neues Hoch wieder anzustreben. Geht er gerade durch, weiß ich, okay, der wird wahrscheinlich probieren, dass ich es da bloß hier unten raus sah. Und dann kickt er hier einmal drunter und dann kann man hier unten nochmal gut hingucken, wenn sich dann hier grüne Kerzen bilden. Weil das dann auch nochmal mittig, das ist gut und gerne 4,80, 500 zurückgehen kann. Ja, wahrscheinlich von dort dann nochmal einen Tag nach unten, aber das wären jetzt so die zwei schönen Zonen von oben kommend. Ja, einmal da drunter oder 4,70, 4,60 schön aufdrehen. Das ist auf der Unterseite interessant, sofern wir den eindrehen, wenn er den eindreht. Oben, wie gesagt, haben wir noch die 6,50. Ich würde mal sagen, 7,20 und dann können wir auch schon Richtung 800 gehen. 7,20 nehmen wir mit rein und dann die 17,800. Da kommen dann langsam die ganzen K.O.s auch von den Leuten, die vor einer Weile Shorts gesetzt haben mit K.O. um die 18,000 oder so. Die sind mittlerweile ein bisschen runtergewandert. Da dürften einige liegen. Ich glaube, die, die wir in der Empfehlung haben, die liegen auch da oben in dem Bereich. Die sind aber auch ganz klar für Abwärtsstrecken. Also in so einer Bewegung sollte niemand da in den Schein noch drinnen sitzen und da irgendwas ausbaden. Ja, das ist so nicht gewollt. Das ist so auch nicht reingestellt und so steht es auch nicht da. Das sind Scheine für Abwärtsstrecken. Ja, das heißt, wenn man ein Short-Signal kriegt und irgendwo dreht der Markt ein, dann kann man den Schein benutzen, den Stop-Loss drüber packen über das letzte Hoch und so weiter. Aber was nicht gemeint ist, ist, dass man so einen Schein irgendwie, keine Ahnung, von 16.500 bis 18.000 dann einfach rückwärts auf Null laufen lässt. Das, so tradet man ja auch nicht, das macht man nicht. Ja, versucht mit der Bewegung zu handeln, mit dem Markt zu gehen und sich nicht gegen den Trend zu stellen. Es ist sonst auch egal, ob der K.O. bei 17.400, 18.000 oder 18.500 liegt. So scheißegal, er läuft dann eh durch. Wenn man gegen den Trend stelle, ist es letztendlich sonst nur eine Frage der Zeit, bis es mich erwischt. Aber nicht eine Frage des Ob. Dafür muss man mit dem Trend handeln. Ja, das vielleicht noch zu klarstellen. Ja, aber die liegen da oben irgendwo in dem Bereich und ich denke, das wäre auch noch machbar. Auch wenn es für meinen Geschmack ein bisschen zu früh kommt. Mich würde das gar nicht mehr wundern, wenn wir noch ein bisschen mehr zur Seite laufen, vielleicht auch ein bisschen mehr zurückkommen. Nicht unbedingt zum Mittwoch, eher vielleicht zum Donnerstag. Ich würde fast erwarten, dass der Mittwoch zur Seite geht. Der Donnerstag nochmal einen oben drauf sticht und dann erst in den Rücklauf geht. Das würde für meinen Geschmack besser reinpassen. Aber es ist kein Wunschkonzert. Das wäre nur typisch für einen Dachs. So irgendwie am Donnerstag Nachmittag ein schönes Hoch reinzusetzen. Alle nochmal auszustopfen. Bisschen Stress auch reinzubringen. Vielleicht sogar einen kleinen Short-Squeeze anzuzetteln. Ja, und dann erst mal wieder ein, zwei, drei Tage in die Erholung rein. Ja, ansonsten haben wir unter 400 noch ganz markant hier unten. Offenes Gap im Bereich um 160. Aber dafür muss einiges passieren. Das sind auch gute Supports jetzt mittlerweile. Ja, viele, die Schieflagen, die umgedreht werden müssen wieder. Also das wird gar nicht so leicht, da runter zu kommen. Das dauert dann auch wieder ein bisschen. Da sollte man jetzt nicht denken. Der fällt jetzt hier wie ein Stein nach unten. Ähm, ja. Wichtig wird der Bereich um 470, 460. Da kann man schon sehr, sehr gut entnehmen. Ob das jetzt erst mal weitergeht, wie es läuft. Oder ob hier mal ein bisschen was anderes reinkommt. Und solange nichts anderes reinkommt, sollten wir von weiteren Hochs auch hier ausgehen. Der Trend ist aufwärts. Ja. Tag ist Short auch. Da gibt es noch Luft. Also da ist ja nix. Ne? Da ist ja einfach nix. Gut. Ich mache zu. Wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.